Dann melden wir uns diesmal aus dem Tierheim im Freital und da haben wir drei zuckersüße Bernadiner-Welpen. Zwei Hündinnen und ein Rüde, sind jetzt fünf Monate alt und suchen eine neue Familie. Es wäre schön, wenn sie in ein Haus mit Grundstück kommen, weil für eine Wohnung ist so ein großer Hund natürlich nicht geeignet. Also Bernadiner, das wird mal ein richtiger Brocken, so 60 Kilo, denke ich mal, werden die bestimmt kriegen. Ja, und die sind wirklich ganz verschwust. Man muss auch daran denken, so ein großer Hund wird natürlich später dann auch mal ein bisschen teurer als ein kleiner Dackel. Das heißt, der frisst mehr und wenn es zum Tierarzt geht, ist es natürlich auch alles ein bisschen teurer. Das muss man einkalkulieren, aber mittlerweile gibt es da ja auch ganz gute Tierversicherungen. Man muss halt einfach nur wissen, was da auf einen zukommt. Ansonsten sind es super verspielte, super freundliche Hunde mit fünf Monaten. Kann man ja auch mit der Erziehung noch alles machen, wenn sie sich für einen der drei interessieren. Zwei Mädels, ein Junge, dann kommen sie hier im Tierheim Freital vorbei. Wir freuen sich auf ihren Besuch.